Also, ich nehme Blatt! Ich auch! Nimm ich Blatt! Ha! Ich fang als Zweiter an. Werd mit dir jetzt noch mal ordentlich die Libiden lesen. Das kann gut möglich sein. Und wie ich merke, muss ich dringend noch mal an meinem Deck arbeiten. Scheiße! Ich werde nochmal in den Zug, nachdem ich eine Karte gesetzt habe. Klasse, okay. Ich ziehe eine Karte. Ich aktiviere Scherbe der Gier. Ich aktiviere Verräterische Schwerter. Und ich bleibe im Erzug. Ich gehe in die Angriffsposition. Hm. Aktiviere Flugzerstörer. Hm. Ja. Ich habe deine Verräterische Schwerter zerstört, wie du gesehen hast. Vielleicht habe ich ja gerade nicht hingekommen. Okay, weiter. Ähm. Aktiviere noch Fusionsschwert Murasama-Klinge. Hm. Gesundheit. Und greife dich, gepflegt, direkt an. Mit ZW4, Alter. WAU! Na gut, ich beende meinen Zug. Alles klar. Ah. Zittern die Knie, Schaden? Noch nicht. Weil ich sitze ja. Na ja, ich bin ja trotzdem zitternd, man. Ne man. Gar nicht, Alter. Ach. Oh. Ich setze zwei Karten, ne? Ja, ja. Und ich beende mein Zug. Konnichiwa. Hoi. Mina. Ich beschwöre kibitischer Ritter. Kini-Battle-Face. Greif den protectes Monster an. SPIEGEL-KRAFT! Okay. Cool, okay, alles klar. Oh, ich aktiviere... ...den Effekt von Scherbe der Gier. Ich zieh zwei Karten. Ähm... ... 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 Auf Dunkelklinge. Ah ne, Dunkelklinge. Ding dong. Ding dong. Aktiviere noch Bonner, das gut ist. Na klar. Na reicht trotzdem nicht. Aber es reicht, um den Boganian anzugreifen. Du wirst doch nicht meinen Boganian angreifen, oder? Oh doch. Nein! Wir sind fort mit dir. Boganian! Nein! Ich beende meinen Zug. Du Schuft. Aber gut. Dann ist das eben so, ne? Das geht doch nicht. Ich beschwöre meinen Schimmerdrachen! Ich geh in die... Ich geh in die... Battle Face! Und jetzt... Hier ist das nur noch... Hashime! Das ist... insbesondere aus Judou und so... Los geht's. Also... und es hat so gemacht jetzt bin ich wieder weg jetzt geht es los alter das gehört man ich habe auf die brust getrommelt die king kong alter wenn er gott zilla bekämpft mir fehlt eine karte das ist schon wieder eine kack fusion machen oder was mir fehlt einfach eine karte auf der hand ist egal welche ich sagte ja nicht wie alt ich bin denn ich zerstöre jetzt mit mystischer raum typhoon der in banner des mutes sorry es hat sich nicht gereibt aber tschüss boom alter da hat er sich nicht lumpen lassen du junge wo hast denn die zuck ist ausgepackt tja den habe ich von joel wieder gelernt als wir zusammen battle city turnier action gemacht haben so weil ich ja in der vorherigen runde nicht dazu kam tribute ich jetzt meine zwei monster vielleicht weißt du wer jetzt kommen könnte der BROCHEN DIN RAN alter ähm geh in die battle phase sehr gut ja man und greif dich jetzt direkt an und Bis zum nächsten Mal.